Moin moin meine freshen Dudes und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hey Monster! Und wir setzen unsere Reise hier fort, sind gerade wieder fleißig am questen, müssen hier auf Road 8 Road 8 unsere Gegner rasieren Und mit Gutexu funktioniert das auch ganz gut Er macht das meiste One Hit Down Und so kommen wir natürlich im Game gut voran Ja, guckt euch das an, Alter Keine Chance Ist Pikachu auch One Hit? Ja, bestimmt Das hat so wenig Leben Na, doch nicht, aber es ist Burn sogar Scratch Ey Digi Nicht durchdrehen Victory Und dann auf zum nächsten Gegner Wo sind die Gegners? Wo sind die Gegners? Ah, das könnte ätzend werden Oh gut, gut, dass er Was hat er eingesetzt? Eisstrahl? Oder was war das? Irgendwas, was auf jeden Fall nicht viel Absieht Ich glaube Aurora Strahlt war das Und dann haben wir nochmal Dictory Ah, das ist schnell Das ist schnell Da müssen wir, warte mal Müssen wir unser Pokémon austauschen Ich weiß gar nicht War das nicht dagegen auch sehr effektiv? Das ist gar nicht so gut Nö Dagegen ist es nicht effektiv Paddle Dance Ja, One Hit Hat halt nicht viel Leben Auch wenn es Schön schnell ist Und gut abgeht Was das angeht Dafür hat es keine Hat es nicht viel Leben Congratulations Congratulations on getting a new badge You? Was gibt es dafür? Gar nichts Oder was? Okay Keine Belohnung oder so Dann halt nicht Dann halt nicht So Kommen wir als nächstes hin Sollten wir uns mal eben heilen Nö Ich werde den nächsten Gegner Einen Angriff nehmen direkt Das passt schon Den sollten wir auch noch schlagen So Ohne großen Heal Fire Ah, jetzt reicht es irgendwie nicht mehr Für die Gegner Am Anfang hat es ja noch gereicht Ah, den kriegen wir auch noch Komm Zack Fire Monkey Und jetzt gibt ein Wigglytuff, Alter 281 Leben Übertreibt man nicht Da hauen wir mal unser Nidorina rein Was hier anscheinend mit Poison Sting Sehr effektiv sein soll Und das Ding Pusht nochmal die Defensive hoch Aber Zum Glück haben wir es direkt Vergiftet Müsste nicht Kampf Auch sehr effektiv dagegen sein Ich probiere es mal Aber eigentlich Wird es ja immer angezeigt Hm Anscheinend nicht Hä, die Attacke wurde disabled Okay, dann mache ich halt nur noch Kick Ich probiere nochmal gleich was anderes aus Ich probiere nochmal hier den Scratch Und wie viel das abzieht Auch nicht mehr, Alter Alles mega wenig ab Also so richtig reinhauen tut das Nidorina nicht Aber vom Gift zerstört Zermürbt Niedergerungen So, nächster Gegner bitte Wir brauchen schon wieder hier unsere Energie Leider Am schönsten wäre es, wenn wir Nach dem Ganzen irgendwie ein Level abkriegen würden Aber ich glaube, das wird nichts Weil wir da nicht mal ansatzweise dran sind Ein Level abzukriegen So, jetzt gibt es hier mal einen Absorber Yo, danke Nochmal Absorber Leider mal selbst eine Schelle verpasst Absorber wurde verboten Na dann Dann kommt Petal Dance Victory Was haben wir hier irgendwann Kriegen wir hier irgendwann mal neue Quests oder so Nö, scheint ziemlich lange zu dauern Bis man hier mal wieder neue Quests bekommt Quest Item Daily Quest Completed 21 von 56 Und warum kriege ich da nicht mehr, Alter? Die werden auch bald wieder Mal da Ach nee, das ist ja der nächste Ist ja der nächste Gegner Sorry Oh da Kann Grutex So vielleicht doch nochmal was reißen Ja One Hit Hier müssen wir tauschen Nidorina Angriff Ach, wir schlafen oder was? Geil Und er setzt die ganze Zeit weiter Ähm Ne Dachte schon Jetzt haben wir es Vergiftet Wird es nieder Zu Boden gequält Du Miststück Bist du verreckst Na komm Komm Jetzt schlafen wir nochmal ne Runde Danke dafür Danke dafür Pixi So Was haben wir hier noch an Pokémon, die da gut sind? Gut Bring es Bring wir es Das ist das Das Tox Schöne C-Beam In die Fresse Dann Konfusion geht auch Win 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 So jetzt brauchen wir mal eben hier Ich mach mal den hier Test hier Und dann auf zum nächsten Gegner Wickeli Tuff In die Fresse Haut immer mehr rein Oder was? Nö, auch nicht wirklich Kack Hier Wird ganz schön was aus Nein Jetzt hat es uns auch noch Was hat es jetzt? Disabled? Okay Okay Hat es da kaum Das ist ruhig Disabled Das ist in Ordnung Aber wir können immer noch nicht angreifen Eieiei Oh Jetzt ist sogar alles entfernt Nein Jetzt Können wir wieder Ein Golwart Das klatschen wir auch weg Komm Zack Fire in the hole Ich glaube es wird Zeit für was anderes Auch confused Danke Und jetzt Und jetzt Ebene hier Und jetzt echt schon wieder sehr viele gewesen Ein Käfersammler Ah das war es wohl Jetzt sollen wir vier Pokémon hier fangen Woher wollen wir den mal anschnallen Your main quest on this map Is not complete Or are you below level 79 Please finish the main quest Or raise your level I'm gonna tell you the secret Completing daily quests Can help you gain experience fast Ja ich weiß Irgendwann werden wir das nochmal machen Aber jetzt gerade habe ich da keinen Bock drauf Wobei wenn wir Das ist ja der letzte daily quest Den wir machen müssen Vielleicht kriegen wir da nochmal einen Boni Wenn wir den Haben Ja danke jetzt Und wir es lieb Da kommt Die attacke wurde disabled Ja ist ja gut War ich doch langsam oder Heuer Shit Was gibt es hier so für Pokémon Also es soll es auf jeden Fall Glauben Okay E-Karns Gut ich dachte es wäre mein Tiff Karnus soll es hier geben Weezing Soll es ja auch geben Spinner Rack Ledian Weezing wäre cool Würde ich sogar ins Team nehmen Mit Spinner Rack Habe ich noch nicht Brauchen wir mal Blut drauf Ah war klar Nicht so schlimm Nicht so schlimm Kein Problem Das wird bestimmt hier ein paar Mal kommen Feuer Warum zieht das jetzt so fucking wenig ab Ich haue jetzt einen Psystrahl drauf Machen wir mal einen Psystrahl drauf Ich finde es scheiße Dass die Meinetwegen hier plus eins haben Aber wenn ich sie dann eingefangen habe Haben die gar nichts Das ist finde ich voll Kacke Mal Gast Oh ist es noch besser Das ist echt blöd Das wäre cool Wenn man so Ein plus eins Alter geil Ein plus eins Bockt Alter Das fange ich mir auf jeden Fall Das kann ich für mein Team gebrauchen Und dann guckst du in deinen Korb Oder guckst du in deine Tasche Und dann ist das ein scheiß Gar nichts Alter Musst du selber hochleveln Scratch Scratchy Itchy und Scratchy Achso ich bin immer noch Es lieb Vom letzten Mal Vom letzten Gegner Scratch los Scratches Scratch ist wichtig Nochmal Scratch in your face Bitch Und jetzt fangen wir es Back Pokeball Rauf mit dir Jackpot Haben wir schon wieder zwei Von denen die wir fangen sollen Ja Leute Könnte auch gerne mal Weezing kommen Es kommen nie die A-Pokémon Die die man so gerne mal Hätte 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 Da ist es doch Das wollte Mehr wollte ich doch gar nicht Weezing Leider wie gesagt Das zählt nicht Das wird es nicht haben Wenn ich das fange Aber Es wird trotzdem Reinballern Nein Diese Missgeburt Es sprengt sich einfach in die Luft Alter Alles klar Ist klar Lass du mal ein geiles Pokémon Was du haben willst Und dann kommt da sowas Oder was Escape Komm ich mir weg So Was machen wir jetzt mal Im Kuss Wir können Ah Hatte ich doch eben schon Sorry Da wollte ich auch gar nicht hin Können wir eben kurz Noch eine Sache machen Wir haben ja die ganzen Trainer Hier jetzt geschlagen Jetzt können wir uns die Bonis Dafür holen Noch Claim 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 So Mal alles eingesteckt Läuft Fest hier machen wir nicht Ja Leute Wir machen hier an dieser Stelle Erstmal eine Pause Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn es euch gefallen hat Das ist mal ein Daumen nach oben da Und wenn ihr mehr davon sehen wollt Dann abonniert meinen Kanal Damit ihr nichts mehr verpasst Und ich würde sagen Bleibt stabil Und haut da rein